Hallo zu Vlogmas Nummer, Moment, 13. Oder 13? Ja, ich glaube schon. Ich gehe gerade ein paar Sachen noch besorgen. Wieder zu Vegans, immer zu Vegans. Ich liebe diesen Laden. Schaut mal, wie das hat Avocado-Eis, Gurken-Eis, Mango-Basilikum-Eis. Schon geil. Aber ich nehme nichts mit. Nee, nee, kein Eis. Ich habe eine Liste. An die muss ich mich halten. So, Sachen besorgt für ein Kochvideo. Das werden wir morgen machen wahrscheinlich. Yummy, yummy, yummy. Der schöne Vorhang. Ich liebe es so sehr. Ich habe mich schon eine ganze Zeit gefreut, bis es endlich dunkel wird, dass ich den Vorhang anmachen kann. Bescheuert, ne? Aber ich finde es so schön. Jetzt nur noch das Licht aus. Das brauchen wir ja nicht. Also seht ihr mich wieder nicht, ne? Ist immer so schwer auch mit der Kamera. Heute trage ich wieder dieses Samtkleid von, von was war das? Ich glaube, Pullenbear. Und da habe ich diesen Rolli an von H&M ganz normal. Ich glaube, letztes Jahr auch gekauft. Ich mag das ganz sehr, so zu schichten. Kann man auch mal sowas tragen? Übrigens trage ich die, ähm, na? Da die Strumpfhose von, ähm, bei, die bei die Höhle der Löwen gezeigt wurde, diese, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Wie hieß das nochmal? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich schreibe es hier hin oder so. Jedenfalls, ähm, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich diese trage. Das ist die blickdichtere. Die dünnere, äh, die war schon, die war ziemlich gut, muss ich sagen. Also bisher habe ich keine Maschen. Und wenn Maschen auftauchen, kann man es einfach so ziehen und dann geht es weg. Also ist wirklich ganz gut. Hier kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Das ist das zweite Mal. Ich habe hier leider doch, obwohl, hm. Hier geht es so ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, ob ich da hängen geblieben bin oder sowas. Auf jeden Fall ist es langsam kaputt. Ja, wieder Haare gewaschen. Fragt nicht. Ihr wisst Bescheid. Ich bin so empfindlich irgendwie in letzter Zeit. Mega empfindlich. Sehr, 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 sehr. Schlimmer als sonst. Ich muss aufpassen. Ich darf einfach echt nichts, ich sprühe mir einfach mal nichts mehr in die Haare ein paar Wochen. Wie wär's damit? Jetzt gibt's Abendessen. Ich mache, äh, ich mache Weihnachtsmarkt zu Hause. Das ist, äh, der Satz von Jenny, den hat sie erfunden, Weihnachtsmarkt zu Hause. Seit Jahren machen wir immer Weihnachtsmarkt zu Hause. Sie kommt auch morgen. Das wollte ich eigentlich mit ihr machen, aber ich habe jetzt was anderes vor, weil wir morgen eh was Besonderes kochen, äh, werden wir einfach das essen und noch anderes. Naja, jedenfalls mache ich solche, weißt du, so eine, na, Champignon-Pfanne, die es dort gibt. Das esse ich übrigens am allerliebsten auf dem Weihnachtsmarkt, wenn es die denn gibt. Ich weiß noch, das letzte Jahr habe ich mit meinem Freund an einem Stand gegessen und das, oh mein Gott. Das waren, ähm, Dosen-Champignons. Das ist keine Option. Für nichts. Ich kenne nichts, wo man Dosen-Champignons benutzt. Das sollte man nie kaufen. Das sollte gar nicht hergestellt werden. Das passt dann zwar nicht. Ekelhaft schmecken die. Und, ja, egal. Jedenfalls, äh, habe ich aber auf Kölner Weihnachtsmarkt, das habt ihr noch nicht mal gesehen, da habe ich ja noch mehr gegessen, ne. Da habe ich einmal so eine Portion nämlich, ähm, Champignons gegessen. Das haben die richtig gut gemacht. Das war sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Bisschen salzig, war der Sud wahrscheinlich schon so lange. Ne, das war, die waren schon so lange in dieser Soße drin. Aber sonst waren die echt gut, ähm, das waren auch frische Champignons. Ja, und das mache ich jetzt halt einfach nach. Ich würde mal sagen, ich mache Zwiebeln, brate ich an, dann mache ich die, äh, Champignons im Ganzen rein und, ähm, ein bisschen Brühe. Dann mache ich noch frische Petersilie, habe ich da, mache ich noch rein und das war's. Dann könnte man noch, äh, wenn man mag, so ein bisschen, so eine Creme, ne, irgendwas, so Schmand oder sowas in der Art. Ich habe jetzt was da, mein Lieblingsjoghurt. Eventuell mache ich diesen Joghurt drauf, wisst ihr, diesen Sojajoghurt. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich habe jetzt nur ein bisschen Brühe so noch rein und ein Ticken Wasser, weil ich möchte, dass so ein kleiner Sud da ist, ein bisschen Soße, ne. Und das lasse ich jetzt einfach so lang garen, bis ich, ähm, ja, bis sie durch sind, also wie ich sie halt mag. Nicht so ganz, ein bisschen noch, so. Und das hier ist das, was ich meinte, das, äh, So Soja, natural, von Sojade, so lecker, so, so lecker. Genau, und das habe ich da reingegeben und ein bisschen Knoblauch habe ich reingepresst, nur so eine kleine C, weil ich mag es nicht so übertrieben, wie die es immer auf dem Weihnachtsmarkt machen. Dann habe ich ein bisschen Zitronensaft reingegeben. Zitrone ist immer wichtig, das hebt so den Geschmack einfach generell und ein bisschen Salz und das war's. Ja, ansonsten ist es eigentlich ein ganz einfaches Gericht, super einfach, dass man überhaupt Geld dafür bezahlt, wenn ich mal überlege. Aber, naja, so ist es halt immer, ne. Man kann die Dinge auch einfach selbst zu Hause machen, aber es ist natürlich mit dem Flair vom Weihnachtsmarkt auch schön. Essen ist fertig. Ich gucke jetzt das hier, das kam heute Morgen, die Legende vom, äh, Weihnachtsstern. Genau, da steht ja das auf dem Cover. Das sah voll gut aus, äh, so ein richtiges Märchen. Auch schon der Anfang war voll schön. Achso, da kommt noch Bibi davor. Gleich fängt's an. Ja, voll schön gemacht. Ich liebe das schon, so die Erzählweise. Das Ende. Sehr schöner Film war das. Ganz süß. Das Mädchen ist so süß. Die Hexe wird eine Reise machen. Die Katze hat sie auch dabei. Die Katze. Die Katze schläft die ganze Zeit schon. Eww. Das erste Mal dieses Jahr, dass ich gucke. Mein Lieblingsweihnachtsfilm. Immer noch. Forever einfach. Ich liebe das. Das ist perfekt. Und ich liebe auch den Soundtrack voll. Aber das passt gar nicht so gut. Oh, wie laut. Hab gerade ein Kochvideo gedreht. Gleich kommt auch Jenny vorbei. Wir wollten ja Weihnachtsmarkt zu Hause machen. Aber ich glaube, es fällt ein bisschen aus. Oder es wird ein bisschen anders ausfallen, sag ich mal. Weil ich jetzt dieses Kochvideo gedreht habe. Und wir essen jetzt einfach das. Warum nicht? Wir machen dann morgen ein bisschen Weihnachtsmarkt zu Hause. Weil ich habe ja schon die Sachen vorgekauft. Schon gekauft. Vorbereitet. Deswegen, ja. Morgen dann. Aber ja. Ich habe auch schon sauer Hunger. Also. Beeil dich mal, Jenny. Pizzi am Essen. Da. Da. So. So klein. So klein ist Jenny. Was gucken wir jetzt? Ist immer die Frage. Das liebe ich ja. Rosins Restaurant. Ich gucke das sehr gerne. Ich mag auch ihn total gerne. Würde ihn gerne mal kennenlernen. Würde ihn gerne mal treffen. Ja, what? Ich erfahre gerade, dass Jenny noch nicht mal Starboy gehört hat. Also die Singles natürlich. Aber das Album. Hallo. Das läuft bei mir rauf und runter. Rauf und runter. Nee, nee. Kaufen. Wieso bezahle? Ah ja, stimmt. Du bezahlst ja dafür. Ja, okay. Gucken gerade die Shopping Queen. Einen des Jahres. Und Sonja Kraus ist dabei. Ich mag die ja ganz gerne. Das ist ein Frankfurter Mädchen, ne? Wir machen jetzt kalter Hund. Yes. Mit dem Kram. Oreos und so. Kekse. Marshmallows. So, naja. So wenig nur noch. Ich wollte schon essen. Ich habe noch Cranberries, aber da habe ich noch ganz viele. Oh. Das ist auch ein bisschen weihnachtlicher. Wo sind die? Zeig mal, Peach. Zeig mal. Ja, ja. Da oben ist der ganze Scheiß. Nee, hier sind die Cranberries. Oh. 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 Okay, du kriegst eins. Komm her. Das ist nicht das Geilste so. Einfach das Geilste. Jetzt kommt der ganze Kram rein. Und jetzt verbrenne ich. Aha. Ja. Wieder die Pfoten. Übrigens mein größter Playlisten-Fan. Finde ich so cool. Hört ihr das auch, ja? Hört ihr meine Playliste? Meine Mariah Carey invented Christmas in 1994. Soweit sind wir. Das haben wir reingemacht. Und zwar Kekse. Cranberries. Cranberries, genau. Hier. Rosinen. Rosinen. Zimt. Bisschen Salz. Das war's, oder? Ja. Ja. Geil. Nummer zwei. Oh Gott. So cool. Alles schon fest geworden. Sogar schon ein bisschen gefroren. Ich hab's einfach nur rausgestellt. Das ist das Geilste im Winter. Also hier haben wir Marshmallows. Oreos. Was war da noch? Kekse nochmal. Kekse. Ja, ich glaub, das war's. Und dann halt oben drauf ein paar Cornflakes. Und das war das von vorhin. Ich sag nur Last-Minute-Christmas-Geschenk-Idee. Oder? Mit Liebe gemacht. Und ihr könnt das individualisieren. So wie es halt derjenige dann mag. Was er halt liebt. Vorlieben. Alles rein damit. Und ich sag euch nochmal als Tipp. Je mehr, umso besser. Die Schokolade sollte nur umhüllen. Schmeckt besser, wenn's wirklich ganz voll ist. Da haben wir ein bisschen wenig gemacht. Aber hier sieht's besser aus. Schön. Jetzt noch ein bisschen aufgepeppt. Tada. Die Sonja hat's gerissen. Jenny googelt Shopping-Queen des Jahres 2015. Und? Wir gehen dann jetzt mal ins Bett. Schon spät. Müssen früh aufstehen morgen. Deswegen sag ich heute Tschüss. Und wir sehen uns schon morgen wieder. Weil ihr wisst, nur Freitag und Sonntag kommen ja normale Videos. Und genau, das hatte mir nämlich immer geschrieben, weil es schien, als würde ich hinterherhinken. Ist nicht so. Weil wie gesagt, Freitag und Sonntag kommen normale Videos. Und alle anderen Tage vlogge ich für Vlogmas. Deswegen ist es ganz normal. Also das, was ihr jetzt seht, das war halt gestern sozusagen. Also ich bin schon immer dabei. Ja. Macht das Sinn? Ja, oder? Ich glaub schon. Äh, ja. Das war's. Dann bis morgen. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.